In der berühmten Wiener Albertina gibt es permanente Ausstellungen und wechselnde Sonderausstellungen. Bei weitem nicht alle Exponate können gezeigt werden. Sie befinden sich in den verschiedenen Depots des Museums. In der berühmten Wiener Albertina gibt es permanente Ausstellungen. In der berühmten Wiener Albertina gibt es permanente Ausstellungen. Besonders beeindruckend ist die seit Jahren gezeigte Sammlung Bad Linne von Monet bis Picasso des Mäzenens aus dem Fürstentum Liechtenstein. Ausstellungen 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.